Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 7. August. Heute dabei Android Pie, iOS 12, Facebook und Fortnite für Android. Große Nachricht für alle Android Nutzer, Android 9.0 hat endlich einen Namen. Und das P war an der Reihe und aus dem P wird jetzt Pie, also Apfelkuchen oder Apfelstrudel, keine Ahnung was es genau ist. Also sagen wir mal amerikanisches Gericht und dementsprechend heißt es jetzt Android Pie. Und praktischerweise wird es schon ab heute an die Pixel-Smartphones ausgeliefert. Ansonsten, das Spiel ist wie es immer ist. Wenn ihr ein anderes Android-Gerät habt, dann müsst ihr warten und hoffen, dass euer Hersteller das Update auch ausliefert. Die meisten tun das ja leider eben nicht. Und ganz im Gegensatz zu Apple, denn die tun das und das wäre genau die nächste Nachricht, denn heute gibt es die neue Beta von iOS 12. Das ist die sechste Beta und die kann man sich runterladen. Und wie immer der Hinweis, es ist eine Beta, also überlegt euch, ob ihr das wirklich machen wollt auf euren Geräten, die ihr vielleicht täglich einsetzt. Ansonsten dauert es ja nicht mehr so lange, September, Oktober. Da wird ja dann das Final Release von iOS 12 auch soweit für alle Geräte zur Verfügung stehen. Facebook, die haben auch etwas Neues ab heute. Also ist viel passiert oder besser gesagt gestern, heute, über die Nacht, über den Tag. Und ja, Facebook hat an den Seiten für lokale Unternehmen gearbeitet. Also gerade kleine und mittelständische Unternehmen, denen möchte Facebook helfen, mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Finde ich eine gute Sache, ist ja auch für mich immer ein großes Thema. Und dementsprechend werden jetzt die Kundenseiten optimiert, sprich Öffnungszeiten, Preiskategorien oder Menüs werden prominenter auf der Seite dargestellt. Passend zu dem jeweiligen Unternehmen und ja, diverse andere Kleinigkeiten. Ihr könnt es euch im Detail anlesen. Link ist natürlich in den Shownotes. Ansonsten guckt doch einfach mal auf ein lokales Unternehmen in eurer Facebook-App. Dann seht ihr vielleicht schon die Unterschiede. Und wenn ihr schon dabei seid, dann werdet ihr vielleicht auch den Facebook-Browser benutzen. Und da werdet ihr euch vielleicht wundern, was der Facebook-Browser ist. Das ist es, wenn ihr in Facebook seid, auf den Link klickt und innerhalb von Facebook die Webseite öffnet. Dann benutzt ihr den Browser von Facebook. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Aber interessanterweise ist dieser Browser durchaus populär. Denn in einigen amerikanischen Bundesstaaten hat er weit über 10% an Marktanteil. Also in Rhode Island, Washington und Montana liegt er sogar zwischen 12,64 und 13,74%. Also das ist irre. Und in den meisten anderen Staaten, da liegt er um die 10% rum. Das heißt, 10% der Nutzer in beispielsweise Hawaii konsumieren ihre Webseiten echt nur noch innerhalb von Facebook. Zum großen Teil. Das ist schon sehr interessant und vielen vielleicht auch gar nicht so bewusst. Und auch gerade, weil zum Beispiel auf iOS wird ja auch der Safari-Browser bzw. WebKit genutzt. Auf Android sieht es dann wieder vielleicht anders aus. Also da passiert halt ganz viel. Das sollte man sich einfach mal zu Augen führen, in Anführungsstricken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn da arbeiten die sich langsam mit der Prozentzahlen hoch. Ja, und bleiben wir bei Android. Hatten wir ja zu Anfang der Folge heute und zum Ende der Folge noch ein Thema. Und zwar Fortnite. Das Spiel. Ein Riesenerfolg. Es ist immer noch nicht auf Android. Aber es wird wohl kommen. Und der Hersteller Epic hat ja gesagt, es wird nicht in den Google Play Store gehen. Und jetzt scheint es wohl so, dass es ein Samsung-Exclusive wird und dann entsprechend im Samsung-App Store zur Verfügung gestellt wird für das Galaxy Tab S4 und das Galaxy Note 9. Also, es gibt wohl noch eine Beschränkung auf die Geräte. Sprich, mit alten Galaxy Notes kann man Fortnite dann eben nicht spielen. Man kann es vielleicht versuchen mit dem Sidenoid der APK. Aber vielleicht schränkt die Software das auch selber ein. Das müssen wir noch abwarten. Und dann mal gucken, warum Epic überhaupt diesen Move gemacht hat. Klar, im Google Play Store werden 30% fällig. Bei Samsung aber ebenso. Außer sie haben natürlich einen Deal, wenn sie es exklusiv bei Samsung machen. Aber viel Spekulation. Da werden wir noch ein paar Tage und Wochen warten müssen. Und dann wissen wir da mehr. Ja, und das war es auch schon für heute. Und ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Wahrscheinlich ist es bei euch genauso heiß wie bei mir hier. Aber trotzdem, ja, ich meine, besser als wenn es kalt ist. Aber man kann es eh nie allen recht machen. Kommt gut durch den Tag, habt Spaß. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.